Spielsinn, der Podcast über Gamification, GameUX und GameDesign mit Philipp Weber und Benjamin Linz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Spielsinn-Podcasts. Wer schon ein paar Folgen gehört hat, unseres wunderschönen Podcasts, der hat vielleicht auch schon mitbekommen, dass ich ein Fan von User Experience bin. Ich auch. Und Philipp natürlich auch. Hallo Philipp. Ja, hi. Genau. Und das, was man mit User Experience erreichen kann, sollte in der Regel ja auch alles positiv sein, aber strebt man zumindest an. Strebt man an, genau, streben die meisten an, aber es gibt ja schon auch eine dunkle Seite. Die hat zwar keine Kekse, aber Philipp weiß da mehr. Ja, genau. Ich habe mal ein Paper mitgebracht, das habe ich gefunden. Ist auch wieder ein CHI-Paper, also von der Conference on Human Factors in Computing and Systems. ist von 2018 und nennt sich The Dark Patterns oder The Dark Side of UX Design. In Klammern steht dann The Dark Patterns of UX Design. Nein, also es geht um Dark Patterns. Vielleicht, ich denke mal, ist schon eher noch ein unbekannterer Begriff. Weiß ich nicht, ob du den Begriff vorher schon kanntest, vor der Besprechung heute ist der dir irgendwie über den Weg gelaufen. Also ich kann mir vorstellen, dass es eben darum geht, um irgendwelche dunklen Machenschaften, was man mit User Experience Design ja anrichten kann sozusagen oder nicht anrichten ist vielleicht das falsche Wort, aber Steve Krook hatte ja auch mal ein wunderschönes Buch geschrieben mit dem Namen Don't Make Me Think. Und in dem Fall, dass man dann auch das, also da geht es um Web Usability vor allem, und dass man in dem Fall dann eher dieses Don't Make Me Think beim User ausnutzt, um gewisse Dinge zu erreichen. So würde ich mir das jetzt vorstellen, aber du weißt da ja mehr drüber. Genau, geht da tatsächlich mehr um diese manipulativen Aspekte, um das Verborgene, was eigentlich der Nutzer nicht vielleicht mitbekommen soll und der Designer hat vielleicht andere Ziele dann, die er verfolgen will. Ja, wer hat das Paper geschrieben? Das haben Gray et al. geschrieben. Die kommen alle, die Autoren von der Purdue University aus Amerika. Und ja, vielleicht sollte man da noch kurz dazu sagen, für alle, die jetzt nicht so viel mit akademischen Sachen zu tun haben, et al. wird häufig genutzt als Abkürzung. Genau, das heißt einfach nur und andere. Häufig nennt man dann eben den Hauptautor, der also quasi als erstes genannt wird oder Autorin. Und et al. heißt, da gibt es also noch mehrere. Also gab es noch vier Co-Autoren, haben also insgesamt fünf Leute geschrieben, das Paper. Und alle von derselben Uni dann? Genau, alle von derselben Uni, von der Purdue University. Und die haben sich halt eben mit diesen Dark Patterns, mit der dunklen Seite der Macht beschäftigt und mal geguckt, was das überhaupt ist. Genau, die leiten das Ganze so ein und sagen, aus Ethik-Gesichtspunkten gibt es gerade auch in der Human-Computer-Interaction, der HCI, auch so Diskurse rund um Critical Design oder Reflective Design. In den Bereichen war ich persönlich jetzt selber noch nicht so aktiv, aber die sagen, das wäre eher so ein Bereich, der mehr akademisch geführt wird und weniger wirklich in der Praxis dann von User Experience Designern gelebt wird. Ja, das wäre, glaube ich, auch so meine Wahrnehmung. Ich bin da auch nicht tief drin in dem Thema. Als ich in Schweden studiert hatte, das war zwar kein User Experience Design, Es ging ja da ja um Serious Games, aber da hat die Uni auch viel Wert darauf gelegt, dass man bei Projekten eben diesen moralischen, diesen Ethik-Aspekt mit in der Arbeit berücksichtigt, mit drin hat. Und dass es sehr wichtig ist, um eben moralisch, ethisch korrekte Forschung zu betreiben. Und ich weiß, das ist bestimmt in der Praxis auch ein Thema, aber bestimmt weniger relevant, das denke ich auch. Genau, und die sagen halt so Dark-Patterns wäre halt mehr so der praktischere Bezug, womit dann wirklich auch Practitioners, also Leute, die mit User Experience Design tagtäglich zu tun haben, dann eher arbeiten, weil das irgendwie greifbarer ist und diesen Ethik-Aspekt aber genauso irgendwie vermitteln kann. Und ja, die definieren Dark-Patterns mit als erstes in eigenen Worten, stellen eine eigene Definition auf. Die habe ich einfach mal übersetzt, die würde ich mal wortwörtlich so wiedergeben, damit wir hier nichts verfälschen. Und zwar sagen die, wir verwenden den Begriff Dark-Patterns, um Fälle zu definieren, in denen Designer ihr Wissen über menschliches Verhalten, zum Beispiel Psychologie, und die Wünsche der Endbenutzer nutzen, um trügerische Funktionen zu implementieren, die nicht im besten Interesse des Benutzers sind. Ja, also da kommt so ein bisschen dieser, ja, intransparente Charakter durch, dass man halt versucht, ja, etwas zu erzeugen, was der Nutzer eigentlich gar nicht will. Oder eben gewisse Verhaltensweisen auszunutzen, wenn man als Nutzer vielleicht jetzt weniger reflektiert nachdenkt über das, was man tut. Wenn man jetzt ganz konkret mal spontan an Spiele denkt, ne, wir wollen ja auch immer den Bezug zu den Spielen herstellen und behalten, wäre das halt die ganze Lootbox-Debatte, sage ich mal. Also da haben halt große, große Hersteller halt irgendwann gesagt, wir brauchen mehr Gewinn, wir brauchen mehr Umsatz. Wie schaffen wir das am besten, indem wir mehr Lootboxen, genau, lass mal Glücksspiel implementieren, indem wir, ja, das halt, ja, in unsere Spiele implementieren und das so designen, dass man halt möglichst viel Geld entsprechend dann da lässt in dem Spiel. Ja, vielleicht kann man ja da nochmal einen kurzen Seitensatz sagen. Wir hatten das ja in der Octalysis-Folge auch schon kurz erwähnt, aber wer die nicht gehört hat oder nochmal kurz zur Erinnerung. Bei Lootboxen ging es halt darum, dass man eine gewisse Menge an Dingen bekommt als Belohnung und man weiß halt nicht unbedingt, was es ist, was man da bekommt. Aber man muss irgendwie echt Geld einsetzen. So eine klassische Wundertüte. Genau, so eine klassische Wundertüte und dann kann das eben auch zu unschönen Verhalten führen, eben in Richtung Sucht vielleicht auch, dass Leute Geld ausgeben, um da Zeug zu bekommen und, ja. Genau. Kurzer Exkurs. Ja, genau. Ja, dann würde ich einfach mal darauf eingehen, auf was für Related Work die so sich beziehen. Also Related Work ist so ein Standardkapitel eigentlich in Long Papers, wo man halt auf verwandte Literatur verweist von anderen Leuten, weil man ja häufig nicht in einem Diskurs schreibt, wo niemand anders geschrieben hat. Häufig gab es ja schon Vorarbeiten und auf die verweist man dann entsprechend und, ja, reichert die dann durch eigene Arbeit. Häufig sind es ja dann eben gewisse Lücken in der Forschung. Ich meine, in den Zeiten, wo wir uns jetzt gerade befinden mit Corona und so, da sind tatsächlich interessante Diskurse jetzt, glaube ich, möglich, wo man tatsächlich halbwegs Pionierarbeit machen kann, wobei es halt auch schon Forschung gibt zu Krisenbereichen und so. Und, genau, also ist das dann auch nicht ganz Pioniersarbeit, aber vielleicht jetzt in dem Kontext, wo wir uns gerade befinden, ist das halt schon sehr besonders. Ist dann noch mehr möglich. Und was haben die da bisher so rausgefunden, was andere gemacht haben? Genau, Related Work fand ich ganz interessant. Ich packe jetzt nicht alles aus, weil das ist echt extrem viel und wenn man da reingucken will in die ganzen Related Work Referenzen, dann wird man ja verrückt. Ja, das sind ja einfach so die spannendsten Sachen. Genau, gerade für Spielsinn fand ich interessant. Das hatte ich mir mal auf meine lange Leseliste gefällt. Die lange Leseliste? Nennt sich das Framework Values at Play von Flanagen und Nissenbaum. Da geht es um Game Development Practices, hatte ich mir notiert. Ich habe davon auch schon mal gehört. Ah, du hast davon gehört. Aber auch nur gehört. Ich kann dazu gerade nichts sagen, aber der Titel kommt mir irgendwie bekannt vor. Genau, also geht wahrscheinlich auch um, oder so wie ich das verstanden habe, um Ethik gerade in Spielen und wie das da eingebaut wird im Spielekontext. Also Play dann eher wirklich im Sinne vom Spielen, also ... Ja, weiß ich nicht so ganz. Also sie schreiben halt schon von den Game Development Practices. Da hört es sich eher an von Spielen erstellen oder Spiele ... Man sollte vielleicht noch kurz die Info mitliefern. In den Computerspielwissenschaften gibt es verschiedene Definitionen sozusagen von was ist Spiel, beziehungsweise wird da auch unterschieden zwischen einmal Spiel, also das Objekt selbst, oder alles was dazugehört und Spielen der Tätigkeit. Und zu Spiel selbst, das wird man, das unterscheidet man auch nochmal, zum einen eben in das gezielte Spiel, also mit einem Ziel vor Augen, wo es dann auch festgesetzte Regeln gibt und so. Das sind die meisten Spiele, die wir kennen, ja, Brettspiele beispielsweise oder vielleicht auch eben Videospiele und so weiter. Und dann gibt es aber auch das Spiel, was häufig eher an das kindliche Spiel zum Beispiel angelegt wird. Also dass man, ja, man hat einen Stapel voll Bauklötzen zum Beispiel. Genau, oder Legos. Genau, und baut einfach mal drauf los. Das ist ja auch Spiel, Spielen, was da stattfindet. Das ist im Englischen ein bisschen besser, finde ich immer, Trendschaffer, ne? Also das klassische Legospielen wäre halt dann Play, ne? Und das ist halt regelfrei, nicht regelgebunden. Und so diese anderen Spiele, die mit Game häufig bezeichnet werden, die haben halt häufig starre Regeln, wie halt ein Schachspiel zum Beispiel, ne? Wo man dann entsprechend nur den und den Zug machen kann. Genau, und so gesehen könnte man dann auch nochmal die Unterscheidung treffen zwischen Playing und Gaming. Ja, genau. Ja, kurzen Exkurs dazu. Genau. Ja, also sonst gab es dann noch auch echt viel im Related Work Teil. Die hatten Value-Sensitive Design erwähnt. Das kam auch auf jeden Fall bei uns im Studiengang mal vor in der HCI. Gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Also im Kern beschäftigen sich die ganzen Frameworks und Related Work damit um Ethik und mit dem Gedanken, wie man Ethik mit in das Design reinbringen kann. Von User Experience Design, aber auch, ja, vielleicht Gamification, ne? Also wenn man Gamification als Art von UX Design versteht. Das Value-Sensitive Design finde ich noch ganz interessant. Vielleicht kann man dazu noch zwei Sätze sagen. Ja, da habe ich tatsächlich ein bisschen was rausgesucht. Also kann ich gerne machen. Also das ist eine theoretisch fundierte Herangehensweise an den Entwurf von Technologie und die die menschlichen Werte in einer prinzipienorientierten und umfassenden Weise während des gesamten Entwurfsprozesses berücksichtigt. Also kurz gesagt, man sucht sich gewisse Werte aus und fokussiert die dann während der ganzen Entwicklung. Genau, ja. Ja, das ist es im Kern. Genau. Ja, ansonsten stimmt, ach, die erwähnen ja so viel, Critical and Reflective Design. Darauf verweisen die Persuasive Design auch. Vielleicht dazu noch mal eher zwei, drei Sätze. Gern. Persuasive Design, dann nennen die tatsächlich auch BJ Fogg so mit als Begründer an und sagen, der war halt sehr einflussreich in dem Gebiet und hat den Begriff sehr stark geprägt. Und Persuasive, da steht so ein bisschen für unterbewusst, ne? Also Persuasive Handlung gibt es ja auch im Deutschen das Wort tatsächlich. Und das ist halt direkte oder indirekte Manipulation menschlichen Verhaltens durch halt eben Persuasives Design. Wobei man da vielleicht noch sagen sollte, dass Manipulation hat ja immer so einen negativen Touch. Also das kann auch sehr positiv gemeint sein und ist es gerade, wenn es um jetzt Persuasive Design geht, auch eher positiv, würde ich denken. Indem man gewisse Verhaltensweisen oder wie Leute auf Dinge reagieren nutzt, um dann einfach positive Effekte hervorzurufen mit diesem Wissen, was man da hat. Ja, also Sie sehen tatsächlich auch Ihre Definition von Dark Patterns relativ ähnlich zu der Definition von BJ Fogg und ordnen das sehr ähnlich ein zum Persuasiven Design und sagen eigentlich, ja, so Dark Patterns, das sind eigentlich UX Practices, die so in der Praxis gemacht werden und gelebt werden und so, ja, sag ich mal, im Feld gefunden werden können. Und diese UX-Praktiken, die ähneln sich dann wieder Persuasive Strategies, das ist dann wieder ein Term von BJ Fogg und ergänzen das aber dann noch eben noch durch diese ethische Einordnung. Also Dark Patterns haben noch so ein Stück weit mehr diese ethische Betrachtungsweise als Persuasive Design. Zumindest nach dem Paypoint, nach der Argumentation, die aber so eigentlich ganz schlüssig klingt. Das klingt alles so ein bisschen, als ob die Motivation der Autorinnen und Autoren dann auch aus diesem ethisch-moralischen Feld kommt, oder? Genau. Dass Sie sich das aus der Richtung ein bisschen mit angucken wollten. Das war auch geprägt, das war auch denen mit, ja, eins, den, ja, ihrer Ziele, dass sie halt einmal diese Dark Patterns wirklich auch transparent beschreiben wollten und analysieren wollten und sagen, hey, das und das wird gemacht. Ja. Und dass man da halt stärker drauf guckt und vor allem da auch, ja, zur Agenda beiträgt. Auch gerade so Ethik-Diskussionen, die sagen halt, wird noch zu wenig geführt in der HCI auch. Im ganzen, sage ich mal, Design-Kontext von digitalen Artefakten wird zu wenig geführt und das sollte man mehr pushen und wirklich auch in die Arbeitspraktiken reinbringen. Ja, ich finde das auch echt spannend, das Thema. Also wir hatten ja auch ein Studienfach, wo das dann auch mit erwähnt wurde, wo es dann um die Implikationen geht oder vielleicht waren es auch noch mehrere Fächer, aber eins, was mir jetzt konkret einfällt und, ja, wo man sich dann eben auch mal Gedanken macht, welche Auswirkungen hat denn jetzt das Design, was ich mache. Ja, also beispielsweise, wenn man sich die Fitnessuhren anguckt, die Fitness-Tracker, ja, hätte man das nicht entwickelt. Es ist ja ein technisches Artefakt, was geschaffen wurde, mithilfe eines Design-Prozesses sozusagen. Und dann würden Menschen vielleicht auch weniger draußen rumlaufen oder würden weniger immer auf diesen Zahlenwert gucken, sondern sich einfach so draußen bewegen. Und das, ja, schwingen ja schon immer gewisse Implikationen mit oder auch sozioinformatische Implikationen, wenn es dann schon um eine etwas größere Menschenmenge oder halt eben gesellschaftliche Auswirkungen geht. Also das ist schon ein spannendes Feld. Vielleicht schauen wir uns das später auch irgendwie mal an, wenn wir da in Bezug auf Gamification, GameUX was finden. Ja, ja. Mal schauen. Genau, und am Ende von, um jetzt nochmal zu Related Work, um das abschließend zu beenden, gehen die auch nochmal auf Dark Patterns ein, weil Dark Patterns speziell wurde geprägt von dem UX-Practitioner Harry Bricknull, also Bricknull geschrieben, wahrscheinlich so ähnlich ausgesprochen, wie ich es gerade gesagt habe. Vermutlich, ja. Ansonsten Entschuldigung für meine inkorrekte Aussprache. Und zwar hat er 2010 darüber geschrieben und führt auch tatsächlich einen Blog und ist auf Twitter aktiv. Können wir auch alles verlinken. Also die Webseite nennt sich darkpatterns.org und sein Twitter-Handle ist at darkpatterns. Und da hat er eine sogenannte Hall of Shame, also sammelt so Alltagsbeispiele, wo er sagt, okay, das sind so Dark Patterns halt, also wo eine Art Täuschung vorliegt. Also er bringt dann sogar auch eine eigene Definition, vielleicht lese ich gerade mal noch seine Definition vor. Gute Ergänzung. Also er sagt, darkpatterns wären eine Benutzerüberfläche, die sorgfältig gestaltet wurde, um Benutzer zu täuschen. Es sind keine Fehler, sie sind sorgfältig mit einem soliden Verständnis der menschlichen Psychologie gestaltet und sie haben nicht die Interessen des Nutzers im Blick. Also da geht es dann quasi eher um die Interessen der Designer beziehungsweise der Leute, die hinter den Designern stehen. Also Management vermutlich dann eher. Oder dann die Investoren noch weitergedacht. Ja, genau. Also so nach dem Motto, egal was ihr damit macht, Hauptsache es bringt Geld. Und mir Geld. Ja, es hat natürlich schon kein schönes Gefühl, wenn man so drüber nachdenkt. Aber es ist bestimmt ein interessantes Thema. Erzähl mal weiter. Genau, ja. Wie sind sie vorgegangen? Also was haben sie methodisch gemacht? Und zwar haben die grob gesagt einfach mal das Internet nach dem Hashtag darkpatterns abgesucht und einfach mal geguckt, wo schreiben denn Leute über darkpatterns? Also die haben echt alles Mögliche abgesucht. Also ich glaube, Facebook haben sie sich angeguckt, Twitter, also die ganzen Social-Media-Plattformen, aber auch, wie gesagt, ich glaube, Google-Suche haben sie wahrscheinlich sogar auch benutzt. Sind dabei dann bestimmt auch methodisch vorgegangen. Ja, also das erklären sie halt auch genau. Also die haben es manuell durchsucht. Also die Forscher selbst haben danach gesucht, aber die haben tatsächlich auch einen Twitter-Bot geschrieben, der dann danach gesucht hat, automatisiert nach dem Hashtag darkpatterns. Und außerdem haben die das noch ergänzt durch Wörter wie evil, unethical oder manipulative, also manipulativ. Und so haben die insgesamt 118 unterschiedliche Items gefunden für ihren Korpus, den sie jetzt dann eingeordnet haben, in insgesamt fünf unterschiedliche Kategorien, in Oberkategorien eben. Genau, und diese Items, die könnte man am ehesten tatsächlich noch, wenn man jetzt wieder an Gamification und so denkt, mit Spieldesign-Elementen vergleichen. Also die haben gewisse Ähnlichkeiten, also das sind wirklich so, sage ich mal, Atome, kleinstmögliche Bausteine eines Designs so ein bisschen. Und wo man sagt, okay, noch weiter runterbrechen kann man das Element eigentlich nicht. Also quasi sehr elementar dann. Genau, genau. Und lassen die sich dann auch miteinander kombinieren bestimmt? Meinst du jetzt die? Oder gibt es die in verschiedenen Stufen, also Ausprägungen sozusagen? Das sind eigentlich mehr Phänomene, die sie ja auch gefunden haben. Und ja, die sind dann auch teilweise unterschiedlich von der Skalierbarkeit, aber eigentlich sind das halt 118 unterschiedliche Phänomene, Design-Elemente und ja. Also kombinieren, klar, die lassen sich kombinieren, weil es halt Bausteine sind und daraus kann dann ein System entstehen. Also ein System kann mehrere Dark Patterns enthalten, wenn das die Frage war. Und nochmal zum Verständnis, die fünf Sachen, die rausgesucht worden sind, sind das jetzt diese Atome sozusagen oder sind das die Oberkategorien? Ich würde das, also das sind die Oberkategorien. Okay, genau. Also die 118 sind die Atome dann. Und die 118 Items, das würde ich ja nur als Atome oder als Elemente bezeichnen. Und das wären dann quasi 118 Dark Patterns sozusagen, die in fünf Kategorien eingeordnet sind. Und vielleicht zu den Kategorien, dass wir da nicht so lange drum herum reden. Ja, genau. Die fünf Kategorien, die sie herausgefunden haben oder die sie für sich als sinnvoll empfunden haben, da haben sie auch lange hin und her, wie man das immer so kennt beim wissenschaftlichen Arbeiten, also man bildet erst andere Kategorien, die haben sich zum Beispiel an der Taxonomie von Bricknell erst orientiert. Der hatte zwölf Kategorien, da haben sie aber gemerkt, da gibt es irgendwie Überlappung und Überschneidung von diesen zwölf Kategorien, wenn man dann wirklich konkrete Beispiele da einsortiert. Und dann haben sie es nochmal umkodiert, nennt sich das, und haben dann eigene Kategorien entworfen. Und da sind halt dann diese fünf Stück entstanden. Und die sind dann folgende, das sind einmal, oder die erste Kategorie ist Nagging, die zweite ist Obstruction, die dritte ist Sneaking, die vierte ist Interface Interference und die fünfte ist Forced Action. Ich habe die auch nochmal nachher ins Deutsch übersetzt und würde die jetzt nach und nach durchgehen, aber ich glaube, die sind ja jetzt schon die Begriffe nicht so ganz geläufig teilweise, dass man nicht so ganz weiß. Ja, also ich wüsste sofort jetzt auch nicht direkt, was das ist und müsste erst drüber nachdenken, aber dann lass uns das doch gemeinsam tun. Ich habe da auch keine große Reihenfolge vorbereitet. Ja, fang einfach mit dem ersten an, oder? Ja, würde ich sagen. Nagging war das. Ja, Nagging, ja, hast du noch richtig im Kopf. Also Nagging, das steht eigentlich im Deutschen oder kann man am besten übersetzen mit Nörgelei fast noch, wie jemand, der so ein bisschen nervt. So Nagging von Nagen wahrscheinlich irgendwie so, dass dich was nagt und dich immer wieder dran erinnert. Und da geht es halt darum, dass man den Fokus entweder visuell oder auditiv halt lenkt des Nutzers und das aber halt unbewusst tut. Also eigentlich, du denkst gerade auch so, eigentlich macht man das ja eigentlich immer so als UX- und Usability-Designer. Ja, nur halt im guten Sinne. Genau, im guten Sinne. Aber ich würde dann so ein bisschen an diese, sagt man das korrekt, Zauberkünstler denken? Also diese Trickster eher mit ihren Hütchen spielen oder die einen ablenken, um dann Dinge zu tun, die man nicht mitbekommt, weil man auf was anderes fokussiert ist, oder? Geht das so ein bisschen in die Richtung? Ja, hier schon ein bisschen mehr. Also bei der Oberkategorie ist, sage ich mal, mehr in your face. Ah, okay. Tatsächlich, also dass man dich wirklich damit nervt und belästigt. Also die sagen zum Beispiel oder bringen als Beispiel an Instagram-Notifikationen oder Google-Standort-Anfragen, also Sachen, die dann immer wieder kommen und sagen, hey, schalt doch mal deinen Standort ein oder so. Von Dingen, die man noch nicht getan hat. Genau, die man dann auch gar nicht so leicht ablehnen kann in der Regel, wo dann nur steht, ja oder später. Und nein ist dann irgendwo ganz, ganz versteckt so, ne, frag mich nicht nochmal. Ja, oder du musst vielleicht selber wissen als UI-Interaktion, dass du die zur Seite wegwischen kannst und dir dann aus deinen Notification, aus seiner Notification-Benachrichtigungsliste verschwinden. Ein anderes Beispiel, ich bin leider nicht so der große Uber-Fahrer, deshalb kann ich dazu nichts sagen, war noch, dass wenn man Uber fährt und man hat sein Tagesziel erreicht, man kann da anscheinend Tagesziele sich setzen und sagen, ich würde gerne so und so viele Kilometer fahren, dass man dann von Uber, von der App gefragt wird, hey, willst du nicht noch weiterfahren? Fahr doch noch weiter. Ah, okay. Also, dass da eben auch noch die Notification kommt. Zum Thema Negging fällt mir auch noch was anderes ein. Und zwar hatte ich mal ein Abo abgeschlossen bei einem Video-on-demand-Dienst, also wo man eben wie Netflix und Co., aber es war jetzt nicht Netflix, Filme und Serien und so weiter online ganz legal schauen kann. Und ich war aus dem Probezeitraum dann raus und wollte es nicht weiter, ja, wollte den Dienst nicht weiter nutzen. Und dann wollten die auch immer noch Monate, nachdem ich gekündigt habe, haben sie mir immer wieder neue Angebote geliefert. Wollen sie nicht vielleicht doch noch, hier haben wir nur für sie extra rausgesucht, super Premium, so gefühlt, das kriegen sie nie wieder, was dann aber auch schon ziemlich nerven kann. Ja, wobei ich, also, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt zwingend zu Negging zählen würde, das ist ja fast, sag ich mal, Alltag, dass man Werbemails bekommt, so, aber, ja, also am ehesten kann man das noch dazu zählen. Dann ist es vielleicht ein unbewusstes Umsetzen von Dark Patterns. Ja, 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 kann sein, ja, ja. Ich meine nur, meine Argumentation wäre, dass es so alltäglich und so normal ist, dass es schon fast nicht mehr irgendwie dark und versteckt ist. In dem Sinne, ja, denn sie sind zwar vorhanden, aber sie sind nicht versteckt. Aber könnte wahrscheinlich auf die Definition passen. Ich meine, da war ja, also doch, kann man schon auf jeden Fall teilweise zumindest recht geben. Genau, das war eigentlich schon die erste Kategorie. Ja. Eigentlich relativ gut, glaube ich, und einfach zu verstehen. Ja, Kategorie Nummer zwei. Genau, Kategorie Nummer zwei und zwar ist das die Obstruction. Das ist schon ein bisschen schwierigeres englisches Wort, wie ich finde. Ja, übersetzt bedeutet das so viel wie Behinderung, würde ich sagen, also irgendwie so ein Hindernis, über das man kommen muss, so vielleicht auch angelehnt ein Obstacle, vielleicht ein bisschen geläufiger. Also ein Steine in die Weg, in den Weg legen, mit denen man aber nichts Tolles baut, sondern dann irgendwie drumherum muss. Genau, genau. Und das ist auch so die Definition. Also die definieren eine Obstruction als Handlung, die es einem schwieriger macht, als eigentlich nötig und mit dem Ziel, dass der Nutzer dann nicht weitermacht. Da fällt mir direkt ein aktuelles Beispiel ein, glaube ich, was dazu gehört. Und zwar durch die ganze Situation jetzt mit Corona sind ja viele Veranstaltungen erstmal abgesagt und die Veranstalter brauchen ja oder möchten ja dann trotzdem gerne mit dem Geld weiter wirtschaften. Und normalerweise hast du ja jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, gibt es, soweit ich weiß, jetzt noch kein beschlossenes Gesetz, wodurch diese Veranstalter dann einfach mit Gutschein vertrösten können. Und man hat ja aktuell eigentlich wirklich noch das Recht, auch ausgezahlt zu werden. Und also eben mit richtigem Geld und keinem Gutschein. Also zum Beispiel, du hast ja eine, wolltest du eine Veranstaltung im Sommer und dann wurde das abgesagt und du würdest gerne dein Geld wiederhaben. Das Festival-Ticket oder so. Ja, genau. Zum Beispiel das Festival-Ticket und dann möchte die Plattform dir aber nicht dein Geld wiedergeben, sondern dir eben einen Gutschein geben, weil dann können sie mit deinem Geld natürlich weiterarbeiten. Und ja, da habe ich auch mitbekommen, dann ein Fall, wo Steine insofern in den Weg gelegt werden, dass man die eigene Buchung nicht stornieren kann. Und man, also auf keinste Weise. Und man kann nur bei der Hotline anrufen, die natürlich auch noch was kostet. Ja. Und wenn dann dort jemand rangeht und man sein, ja, das, was man, sein Anliegen zutage bringt, wird man dann auch schnell abgewimmelt. Ist sicherlich nicht ganz exakt das, aber das erinnert mich schon sehr dran. Exakt das. Also das ist mega witzig, dass du das von alleine ansprichst. Also die Autoren bringen das in dem Paper an und sagen zum Beispiel, das ist zum Beispiel dann gegeben, wenn ein Service nur telefonisch kündbar ist, obwohl es ja auch eigentlich online machbar sein sollte, wie im Fall. Und dann sagen die Autoren sogar noch und im besten Fall ist die Nummer dann noch irgendwo versteckt auf der Internetseite, dass man die gar nicht findet. Gar nicht im Kontaktbereich, sondern erst noch drei Reiter durch und wollen sie uns wirklich kontaktieren. Stimmt. Da fällt mir noch ein Beispiel ein. Amazon ist da auch ein bisschen gemein. Da hatte ich auch schon eigene Erfahrungen. Also da so Sachen zu kündigen, ist auch gar nicht so leicht. Amazon-Abos und so. Ja, ja. Die verstecken das auch ganz gut. Und da musst du noch dreimal sagen, nein, nein. Und dann kriegst du nochmal ein Angebot. Hier 50 Prozent Rabatt für Audible die nächsten drei Monate oder so. Ja, genau. Was mir gerade auch noch eingefallen ist, weil du gesagt hattest, Kontaktformular und sowas, dass man das auf manchen Webseiten ja auch schon echt suchen muss und dass man nicht einfach irgendeine E-Mail bekommt. Ich schreibe zum Beispiel lieber, ich nutze lieber die E-Mails, als dass ich ein Kontaktformular nutze, weil dann sehe ich wirklich, dass ich die abgeschickt habe und so weiter. Das ist auch nur so ein kleines Ding. Hast du auch nochmal einen Beleg? Habe ich nochmal einen Beleg, genau. Es kann ja auch um, wer weiß was, für jetzt wertige Sachen gehen zum Beispiel. Und dass es da dann manchmal, oder dass man erstmal durch die häufig gefragten oder häufig gestellten Fragen geschickt wird und dann auch erst noch zwei, dreimal Nein klicken muss, bevor man dann wirklich mal eine direkte Kontaktmöglichkeit bekommt. Wobei ich glaube nicht unbedingt, dass es an der Stelle so sehr zu so einem Dark-U-X-Pattern zählt, weil es geht, glaube ich, für die ja dann eher darum, dass eben diese häufig gestellten Fragen, dass sie damit nicht so zugeflutet werden und die wirklich nur das bekommen, was jetzt ein bisschen spezieller ist, oder? Wie siehst du das? Ach, ich, ja. Müsste ich mir jetzt auch konkret angucken, sage ich mal, das Beispiel, ob da wirklich so, sage ich mal, eine böse Intention dahinter hängt. Nein, weil das glaube ich eigentlich nicht. Aber es hat mich so ein bisschen daran erinnert. Ja, ja, ja. Hast du dir noch was? Ja, genau. Also ich hätte noch einmal, hatten sie erwähnt, dass, ich glaube, in der Suchmaschine war das in einem Preisvergleich, dass da Produkt-IDs nicht kopierbar waren und damit man die, also mit Steuerung 10 nicht kopierbar waren, damit man die nicht so leicht vergleichen kann, die Produkte, die Produkte halt irgendwie auf der anderen Seite, habe ich jetzt persönlich jetzt aktuell nicht so spontan im Kopf. Aber es ist natürlich nachvollziehbar, dass das nerven kann und dass das natürlich auch eine gewisse Auswirkung auf den Nutzer haben kann, dass du dann sagst, kann ich jetzt halt dann eben nicht noch woanders vergleichen bei einer anderen Suche, ob es das Produkt irgendwo vielleicht günstiger gibt, dann kaufe ich direkt eben da. Ja, dieser ganze Punkt erinnert mich, sieht wirklich für mich so aus wie ein Spiegel von Usability in gewisser Hinsicht, weil bei Usability möchtest du ja auch, wenn man sich die Definition der DIN-Norm anguckt, geht es ja eben da auch um Effizienz und Dinge eben mit möglichst wenig Aufwand sozusagen da ans Ziel zu kommen und das ist ja eher so das Gegenteil, dass man eben diesen Weg verlängert für den User, weil man halt als derjenige, der dann diese Entscheidung trifft, diese Designentscheidung eher noch was anderes vorhat. Und dann hatte ich noch tatsächlich ein Beispiel dazu im Kopf, was die nicht nennen, hatte mich gewundert, weil in einem anderen Beispiel kommt nachher nochmal Facebook drin vor, ist so diese klassische Sache mit Privatsphäre-Einstellung auf Facebook. Das war eine Zeit lang ja mal richtig schwierig. Ich finde es mittlerweile noch immer schwer. Die haben ja mal gesagt, wir haben das aufgeräumt und besser gemacht, aber… Ich habe es mir auch nicht wieder angeschaut. Also das ist immer eine Aktion, wenn man auf Facebook irgendwie irgendwas auf Privat setzen will oder das ordentlich einstellen will, da muss man schon in diverse Untermenüs einsteigen und sich da durchklicken. Ja, oder man kann sich ja auch die eigenen Daten schicken lassen, aber man muss ja dann auch dann irgendwo dafür an eine spezielle Kontaktadresse kommen, damit man halt selber weiß, was Facebook über einen weiß und sowas. Ja, genau. Ja, dann haben sie tatsächlich noch einen Punkt zur Obstruction genannt, mit dem ich nicht so ganz konform bin. Und zwar? Und der nennt sich, oder die nennen die Intermediate Currency und damit meinen die sowas, das ist jetzt auch gerade aus Gamification-Sicht interessant. Also fortgeschättene Währung. Ja, eine zwischengeschaltete Währung, also quasi eine virtuelle Währung, bezeichnen die als Obstruction, als Behinderung und sagen, okay, das ist eine Behinderung und dadurch vergisst du dann, dass die Argumentation, wie viel Geld du eigentlich ausgibst. Aber mit der Argumentation bin ich persönlich nicht ganz so, stimme ich nicht überein, weil, also keine Ahnung, es ist doch keine Behinderung, wenn du dann mehr ausgibst, so im Endeffekt, so, also, ne? Also, wenn man das schlüssig zu Ende denken würde, in der Kategorie würde ja eine Intermediate Currency den Effekt erzielen, dass du weniger ausgibst oder nicht so leicht bereit bist, die Währung zu tauschen, vielleicht, ne? Vielleicht meinen die so dieses Kreditkarten-Ding, also wenn du halt nicht mit Bargeld zahlst, sondern eher mit Karte oder sowas. Ah ja, das kann sein, dass man einen Bezug dazu verliert. Ja, genau, und dass du dann größere Mengen ausgibst und deswegen vielleicht lieber dein Echtgeld in virtuelle Währung umwandeln sollst und du dann vielleicht weniger Vorstellungen hast, weil die Größenordnungen auch andere sind, ne? Da ist halt ein Euro sind dann, keine Ahnung, 500 Punkte oder am besten noch irgendein Krummerwert, den man sich gar nicht erst merken kann. Aber ich finde es trotzdem, ist es dann eine Behinderung? Ja, also, wenn ich ein Reviewer gewesen wäre in dem Paper, hätte ich das auf jeden Fall kritisiert, den Punkt. Vielleicht wurde das ja auch kritisiert, aber es trotzdem dann... Ja, aber normal müssen dann die Sachen noch eingearbeitet werden in der Revision. Also da bin ich nicht so ganz... Bei vielen anderen Punkten stimme ich überein. Ich habe nachher noch ein, zwei Punkte vielleicht, die so halb sind, aber da habe ich gesagt, die erwähnen da sogar Glaube-Spiele und sagen virtuelle Währung von Spielen. Also klar, die haben einen Effekt und das kann man auch als Dark Pattern bezeichnen, aber ich würde das jetzt nicht als Behinderung klassifizieren. Ja, das können wir vielleicht in einer späteren Folge nochmal aufgreifen, wo es dann auch um Monetarisierung geht und wie verschiedene Monetarisierungsmodelle auch das Spielerlebnis beeinflussen kann. Ja, würde ich auch sagen. Kleiner Sneak Peek für... Kann man eher eine ganze... Dauert noch eine Weile, aber... Eine ganze Folge für Widmin, da gibt es so viel virtuelle Währung und sowas. Ja, genau. Gut. Dritte Kategorie, oder? Dritte Kategorie, würde ich auch sagen. Und zwar ist das die Sneaking-Kategorie. Also da geht es um Schleichen. Genau, also um ganz geheime Sachen. Also alles ist ja hier mehr oder weniger, sage ich mal, geheim und im Verborgenen. Wobei ja Nagging schon offensichtlicher war mit den Notifications, mit den Pop-Ups und Sneaking. Das ist eigentlich der Versuch, relevante Informationen für den Nutzer zu verstecken oder zu tarnen oder halt auch irgendwie zu verzögern, dass man die Informationen nicht direkt zeigt. Und da sagen die Autoren selber, da fallen relativ viele Dark Patterns da drunter in die Kategorie. Und ja, also das fängt halt schon bei so einfachen Sachen an, dass man halt am Anfang zum Beispiel ein kostenloses Abo hat. Also ich sage mal, die klassische Abo-Falle, ein kostenloses Abo hat und auf einmal musst du dafür zahlen und du kriegst aber keine Benachrichtigung oder so. Und siehst halt einfach nur irgendwann die Aufforderung zur Zahlung. Weil es vermutlich irgendwo tief im Kleingedruckten auf der dritten Seite hinter einem zweiten Link versteckt ist. Genau, also das bezeichnen die sogar dann nochmal extra, haben die dann nochmal eine Unterkategorie dafür. Das bezeichnen die dann als Forced Continuity. Genau. Erzwungene Kontinuität. Genau, erzwungene, genau, sehr schön übersetzt. Ja, gut. Ja, genau. Dann hatten sie da auch einen Fall, den fand ich auch richtig gemein, ist mir zum Glück bisher noch nicht passiert. Hatten sie einen Fall beschrieben, dass wenn du dich von einem E-Mail-Newsletter unsubscribed hast, also dich abgemeldet hast von einem Newsletter und gesagt hast, hey, ich möchte die News nicht mehr bekommen, dann hast du gleichzeitig vorher einen Haken setzen müssen. Und der Haken hat bewirkt, dass du eine Datenschutzerklärung unterschreibst und dadurch deine Daten an andere Leute weitergegeben werden. Boah. Ja. Das ist ja wunderschön. Also das ist halt, wenn man sich das nicht genau durchliest und denkt, ja, hier, ich möchte das kündigen oder sowas, setzt den Haken da dran und denkt so, okay, jetzt bin ich abgemeldet vom Newsletter, aber dabei hast du deine Daten an hundert andere Leute weitergegeben und wunderst dich dann, warum du Spam-Mails bekommst oder so. Ja, schön, ne? Ja, da gibt es vermutlich viele Sachen, die so ein bisschen Richtung Kleingedrucktes oder wir halten euch Informationen vor, die ihr bestimmt lieber wissen möchtet, aber wir wollen die euch nicht geben. Ja. Ja. Das ist ja gemein. Genau, dass man dann beim Checkout oder spätestens bei der Überweisung sich dann gewundert hat, warum war das jetzt entsprechend so und so viel teurer und ja, man hat quasi dann nicht das Akkupack dazu bestellen wollen und hat es aber trotzdem bekommen, wenn man nicht aufgepasst hat. Hm, naja, im besten Fall wollte man es dann trotzdem haben und hat es dann quasi schon dabei und sozusagen wurde einem ein Arbeitsschritt abgenommen, ne? Ja. So könnte es ja vielleicht auch noch positiv ausgelegt werden, aber in den meisten Fällen ist es, glaube ich, das Gegenteil. Schleden, ja, aber genau. Dann ist auch noch eine andere Unterkategorie von Sneaking, die nennt sich Hidden Costs, ist eigentlich auch ganz leicht erklärt. Also versteckte Kosten dann. Genau, versteckte Kosten, da geht es eigentlich nur darum, so, sage ich mal, fast der Klassiker, dass halt Versandkosten oder irgendwelche Steuern am Anfang nicht angezeigt werden und dass du denkst, ja cool, das T-Shirt, das kostet nur, keine Ahnung, 20 Euro oder sowas, bestelle ich. Und dann siehst du, ach, das kommt aus Australien, ja, dann muss das noch irgendwie versteuert werden und dann habe ich hier noch irgendwie Transport von 12 Euro und dann, ne, kommt der Zoll noch, je nachdem oder sowas und dann zahlst du für das T-Shirt, keine Ahnung, 40 Euro oder so, ne? Ja, klar, ich kenne das auch häufiger bei Angeboten, die man vielleicht im Internet findet, nicht unbedingt in Online-Shops, aber vielleicht auch Richtung Spiele. Mir fällt gerade kein direktes Beispiel ein, aber irgendwann hatte ich das in den letzten Wochen auch, dass ich einen Preis gesehen habe und der war auch runtergesetzt und dann wurde mir im, weiß nicht, Warnkorb oder Checkout dann im weiteren Bestellprozess die Information gegeben, ja, ne, und das war jetzt übrigens ohne Steuern, da kommen jetzt noch Steuern obendrauf. Und gerade wenn es sich um technische Sachen handelt, dann sind das ja jetzt nicht nur zwei, drei Euro, sondern, ne, eben 19 Prozent, ein Fünftel kommt dann nochmal obendrauf, das ist nicht so schön. Es kann aber, glaube ich, auch sein, dass das so ein kulturelles Ding ist, weil … Jetzt die Hidden Costs, ne? Ja, genau, weil in Deutschland auf jeden Fall oder jetzt auch Europa, in Deutschland auf jeden Fall ist es ja so, dass es schon die Steuern auch immer mit ausgeschrieben werden müssen oder halt mit dastehen müssen. Und in anderen Ländern, ich glaube sogar in den USA wäre das jetzt nicht so der Fall. Vielleicht kommt das auch daher dann so ein bisschen, aber ist natürlich dann fies, wenn man das dann einsetzt in Ländern, wo man das nicht gewohnt ist, ne? Ja, ja, klar, ja. Nee, genau, aber da ist ja Europa eh immer relativ weit vorne, wenn es darum geht, irgendwie den, ja, entweder Datenschutz zu wehren, aber auch den Nutzer, den Consumer entsprechend aufzuklären und transparent zu machen, ne? Was, was er eigentlich kauft. Verbraucherschutz und so weiter ist da ja auch zu erwähnen, genau. Die Bio-Siegel, sonst was, ne? Ja. Genau, dann würde ich aber zur nächsten Kategorie kommen. Ja, Nummer vier wäre das dann, ne? Kategorie, mit dem witzigen Namen, wo man sich bestimmt verhaspeln kann, aber ich mache das natürlich nicht, zur Interface Interference. Interface Interference. Genau. Wunderbar. Kann man fast rappen, finde ich. Ja. Klingt irgendwie so schön, ne? Interface Interference. Interface Interference, Interface Interference. Ja, was ist das denn? Da geht es um Schnittstellenstörung zu deutsch, also um, ja, um, ja, Schnittstellenstörung, also da geht es darum, dass man das Interface so manipuliert, um halt eine bestimmte Aktion eben zu begünstigen, also, ähm, die sprechen auch, die Autoren, von falschen oder versteckten Affordanzen. Da haben wir wieder den witzigen, oder den tollen Affordanzbegriff drin. Und, ähm, da gibt es auch wieder ein paar Unterkategorien, also zum Beispiel, aber dann auch Überschneidungen, finde ich, also das, die Kategorie, mit denen bin ich nicht so ganz zufrieden, wie sie die da gehört haben. Das ist nicht so trennscharf zu den anderen dann. Weil wir hatten doch auch irgendwo davor schon mal, ähm, düm, 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 Lenkung des Fokuses, das war Negging, genau. Negging war das. Genau, da meinte ich ja, das wäre so Lenkung des Fokuses visuell oder auditiv, ne? Also auditive oder visuelle Lenkung des Fokuses und jetzt haben wir… Das passt ja mit rein. Ne? Jetzt haben wir eine Manipulation des Interfaces, um eine bestimmte Aktion zu begünstigen. Also ist das dann zum Beispiel sowas, wenn Dinge hervorgehoben werden, die man jetzt vielleicht eher weniger haben wollen würde, aber die werden einem eher so angepriesen? Oder ist das schon zu leicht gedacht vielleicht? Nee, ich habe hier auch tatsächlich aufgeschrieben, also meine Gedanken, die ich dazu hatte, nachdem ich die Kategorie gelesen habe, war dann auch, wenn man jetzt wieder aus der Gamification-Sicht denkt und gerade aus dem Octolysis-Framework raus, da gab es ja die Elemente Desert Oasis oder Glowing Choice und da geht es halt darum, gerade bei der Glowing Choice, dass man alles andere abdunkelt und ausgraut und nur sagt, hier, klick bitte den Button, der jetzt leuchtet. Und bei der Desert Oasis, ah nee, das ist die Desert Oasis, andersrum, genau, Desert Oasis graut alles aus und du hast nur eine Oase in der Mitte, die du anklicken kannst und Glowing Choice ist, dass alles normal ist, sage ich mal, und über irgendeinen Button, dass der halt blinkt oder hüpft oder irgendwie ein Ausrufezeichen hat. Aber schon eben ein gewisses Highlighting von Optionen. Genau, ja, das waren meine Gedanken dazu und die passen ja zu deiner Ausführung, die du gerade auch. Ja, ja, so ein bisschen, genau, geht das in die Richtung, ja. Ja, aber die haben auch noch andere Kategorien hier, also zum Beispiel auch sogenannte Trick Questions, die fallen dann nochmal, also das haben sie dann nochmal unterschlüsselt unter andere Kategorien, die fallen dann unter Aesthetic Manipulations und Trick Questions sind halt doppelte Verneinungen, ne, also das kann zum Beispiel mit Checkboxes passieren, dass man normal denkt, wenn man auf eine Checkbox klickt. Sagt man ja, dabei ist das eigentlich, man klickt sie an, um nein zu sagen. Ja, genau, und dass eben mit so Konventionen gespielt wird und eben das gemacht wird, womit man eben nicht rächt, ne, also wenn man irgendwie sagt, ja, kommt immer auf den Fall halt drauf an, ne, ob man jetzt da gerade die Checkbox markieren will oder nicht, aber ich sag mal, wenn man sich irgendwo anmeldet, markiert man ja häufig irgendwie so, ja, hier, ich hab Datenschutz gelesen oder sowas. Und wenn man da dann eben, ja, das verneint oder sowas gut in dem Fall macht, ist es jetzt nicht so schlimm, dass, wenn man das Kästchen verdrehen würde, ne, mit dem Datenschutz, aber in anderen Fällen ist es halt schon nervig, wenn man dann auch, ja, aus Versehen irgendwie Spam-Mails dann zum Beispiel auch bekommt, ne, irgendwie. Ja, ja, oder eben einfach unerwünschte Werbemails, die man eigentlich nicht haben wollte und dann waren die irgendwo versteckt beim Klicken. Ja, das kenne ich tatsächlich auch, ähm, das sind die Disguised-Ads, also die, die, ja, versteckten Werbe-Buttons hier in dem Fall tatsächlich auch, ähm, und da hatten sie als Beispiel, dass ein Download-Button, ähm, als Werbung getarnt ist oder als Werbespiel, ne, also dass man, ähm, eigentlich denkt, man klickt auf Download und dann kommt aber Werbung, so, ne, also gerade, ähm, ja, von Internetseiten her bekannt. Ja, und hier auch wieder so eine starke Usability-Sache, ähm, False Hierarchy, also eine falsche Hierarchie, dass man halt zum Beispiel extra Optionen ausgraut bei der Installation und dann wirkt so, als könnte man die Option gar nicht anklicken. Das sieht man zum Beispiel auch, ähm, bei der Installation von, von Programmen, da gibt's häufig auch so ein Kästchen, was ausgegraut ist und zum Beispiel, wenn dann automatisch weitere Programme oder Software installiert werden sollen, ähm, dass man, dass es dann eigentlich so aussieht, als könnte man das gar nicht weg-ixen oder sagen, das möchte ich nicht haben und, ähm, ja, dass das dann aber ausgegraut ist und so aussieht, als könnte man, also müsste man das mit installieren, ne? Ja. Ja, dann hatten sie noch als Kategorie auch und ich finde, da wird's auch sehr schwammig dann. Das ist dann jetzt die letzte Kategorie? Nee, also das ist noch eine Unterkategorie von Aesthetic Manipulation, die unter Interface Interference steht und die nennt sich Toying with Emotions. Ähm, also, ähm, also da geht's drum, Sprache, Bilder oder Farbe sogar zu benutzen oder Farbstil, um irgendwie, ähm, ja, Leute zu manipulieren. Ja, ja, ja. Aber, ja, das ist halt so allgemein, ähm, gerade wenn man sagt Sprache und, und Farbe und sowas, ähm, das ist jetzt halt auch nicht zwingend nur bezogen auf digitale, ähm, Dinge, würde ich sagen, ne? Also, da kannst du ja fast sagen, Plakatwerbung oder sowas nutzt eben auch gewisse Sprache, gewisse Farben, um, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Hm, ja, klar. Ähm, mir fällt da, äh, mir fällt da auch kein konkretes Beispiel ein, aber ich kann's mir gut vorstellen. Die hat tatsächlich ein Beispiel genannt oder da eingeordnet, ähm, was ich relativ interessant fand und zwar, das würde ich gerade mal noch erwähnen, es gibt, ähm, die Brillen von, ähm, Snap oder von Snapchat, die nennen sich Spectacles, ich weiß nicht, ob du die kennst, das sind Augmented Reality Brillen, ähm, die du aufsetzen kannst, ähm, ich würde auch sagen, eher gefloppt, aber meine Meinung. Gibt's schon irgendwie zwei, drei Jährchen auf jeden Fall, ähm, mindestens. Ich hab jedenfalls noch nicht davon gehört. Ja, genau, also, dass du dann im besten Fall halt darüber Snapchat nutzt oder sowas und sind halt, wie gesagt, ne Art Augmented Reality Brille und wenn man die einkaufen wollte, war das relativ witzig, dann haben die halt versucht, ähm, eine künstliche Zeitverknappung zu erzeugen und hatten einen, ähm, Timer eingeblendet für, für den Checkout, so nach dem Motto, du hast nur noch, äh, fünf Minuten Zeit für den Checkout und als der Timer dann ablief, hat er sich einfach wieder resettet. Also du hast quasi mehr Zeit gehabt als diese fünf Minuten, aber wurde es halt in das Gedrängnis gebracht, schneller zu kaufen. Und, ähm, ja, wenn man jetzt wieder mal mit Octolysis kommen will, ne, dann wäre das halt ganz klar, ähm, ja, der, der Punkt Scarcity. Und Impatience, also nur mit der Ungeduld zu spielen. Ja, ähm. Ja, und halt Knappheit der Ressourcen in dem Fall Zeit. Genau, und das finde ich, ja, ja, also könnte man hier mit, finde ich, könnte man besser in Octolysis da einordnen. Hier haben sie es halt eingepackt unter Toying with Emotions und Aesthetic Manipulations. Aber gut, muss ja auch irgendwie in ihr Framework reinpassen. Was mir noch einfällt, ist ja diese Sache, dass du Pop-Ups bekommst, also irgendwelche Fenster, die aufploppen, auf Seiten, wo du eigentlich was anderes tun möchtest. Und die möchten dich dann dazu verleiten, draufzuklicken, eben indem sie sehr bunt sind oder, ne, sie haben, oder vielleicht noch du hast so und so viel Geldsumme, bitte hier einsetzen, gewonnen. Und sichere dir jetzt den Gewinn und vielleicht auch nur noch, weiß ich nicht, zehnmal möglich oder nur noch fünf Minuten und dann klickst du drauf und dann hast du ein Virus. Und das ist natürlich dann die, 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 eine der schlimmsten Sachen, die dann da passieren kann. Ja. Ja. Schon zu vermeiden. Genau, würde ich auch auf jeden Fall dazu zählen. Genau. Ja, dann zur letzten Kategorie. Zur letzten Kategorie, ne. Die nennt sich dann Forced Action und da geht es darum. Gezwungene Handlungen. Genau, gezwungene Handlungen, da geht es dann darum, eine Situation oder den Nutzer in eine Situation zu bringen, in der er eine Aktion durchführen muss, um überhaupt eine andere Funktionalität weiter nutzen zu dürfen, ne. Also. Also wo du eigentlich gar nicht wirklich die Kontrolle hast als User, sondern um halt weiterzukommen, musst du was machen, was du vielleicht gar nicht oder weniger gern machen würdest. Und dir da so ein bisschen Entscheidungsfreiheit abgenommen wird, sozusagen. Genau, die haben tatsächlich ein ganz einfaches Alltagsbeispiel da auch genommen, was bestimmt jeder von euch kennt und zwar die Windows Updates oder Windows, ja, Windows 10 Updates haben sie jetzt gesagt, aber allgemein Windows Updates, weil du kannst teilweise halt, ja, da nicht sagen, wann er updaten soll. Also, ich habe damit nicht so das Problem, aber jeder war bestimmt mal in der Situation, dass auf einmal dann ein Update kam und man hat nicht damit gerechnet und auf einmal startet der Computer neu oder so. Also, vor allem, wenn es dann 30 Updates sind, die dann auch zwei Stunden dauern oder so, im schlimmsten Fall. Genau. Ne, also ich bin seitdem schon da immer hinterher, dass ich, man kann da schon relativ genau einstellen, wann er updaten darf. Ich glaube, bei meinem Rechner darf er immer irgendwie nur gefühlt nachts updaten oder so nach dem Motto, wenn es dann eh nicht mehr wichtig ist oder so, aber, ne, genau. Ja, aber lass uns das vielleicht nochmal ein bisschen beispielhafter gestalten. Also, es geht jetzt quasi darum, dass du keine Möglichkeit hast, mehr ein Update zu verschieben, sondern du wirst dazu gezwungen, das zu machen, ja. Genau, so ein Punkt wäre das dann, ja. Um überhaupt weiter das Betriebssystem nutzen zu dürfen, musst du jetzt updaten. Wobei es in dem Fall ja dann auch wieder so ein Fall ist, der jetzt nicht böswillig ist von Microsoft, sondern ja, gerade Updates dienen ja auch häufig der Sicherheit. Also, es ist ja dann wieder gut für dich. Ja, ja. Also, in dem Fall quasi auch ein Dark UX Pattern positiv genutzt. Ja, könnte man schon so sagen, ja. Oder halt ein unpassendes Beispiel in dem Fall jetzt. Oder so, ja. Ja, ja. Meinten zumindest die Autoren. Wahrscheinlich kann man das auch anders lösen. Ich bezweifle so ein bisschen den Echtgeld-Expertise. Mit Echtgeld vielleicht. Aber, ja. Ja, wahrscheinlich, genau. Wahrscheinlich hätte man mit Echtgeld weitermachen können und so. Ich bin jetzt auch nicht der Mega-Farmware-Experte, deshalb muss ich da auch vorsichtig sein. Aber an einem Punkt musste man, hat man wahrscheinlich dann Ressourcen bekommen, so wie ich das gelesen habe, um weiterzukommen. Mhm. Und hat diese Ressourcen dann nur bekommen, wenn man eben Freunde eingeladen hat. Und daraus entsteht halt so ein Friend-Spam und tausend Leute werden, oder die ganze Facebook-Liste wird halt im besten Fall oder im schlimmsten Fall kontaktiert und zugespampt, doch bitte jetzt mit mir Farmware zu spielen. Im besten Fall bekommt man dann auch noch die Einladung von mehreren Freunden, die das dann alle machen. Und, genau, fühlt sich dann etwas gestört. Genau, genau. Weil vielleicht möchte man mal kein Farmware spielen. Ja. Eine andere Kategorie, die ich auch ziemlich witzig vom Namen her fand, die mit unter Forced Action zählt, nennt sich Privacy Suckering. Okay. An was erinnert dich das? Suckering, keine Ahnung. Nein, Zuckerberg ist ja das, was er am nächsten nennt. Tatsächlich Zuckerberg. Echt? Ja, Zuckerberg. Die haben gesagt, also den Begriff nehmen sie sich, glaube ich, auch von den Brignal. Also auch diese Unterkategorien stammen manchmal noch aus der Brignal-Taxonomie. Und das geht zurück auf Zuckerberg und da geht es darum, ein Phänomen zu beschreiben. Also Privacy Suckering ist eigentlich, dass man mehr Informationen herausgibt, als man eigentlich wollte. Das bezeichnet man als Privacy Suckering. Also quasi, dass der User dann mehr Informationen bereitstellt, als was er jetzt normal gemacht hat. Du willst halt eigentlich nur irgendwie, sag ich mal, auf Facebook mit deinen besten Freunden oder sowas irgendwie schreiben und so. Und nicht, dass deine Daten genutzt werden, um, keine Ahnung, den amerikanischen Wahlkampf entsprechend zu beeinflussen. Aber du stellst dann vielleicht noch deine Interessen ein, weil deine Freunde haben auch Interessen eingestellt, ohne dass dir jetzt vielleicht direkt was bringt. Ja, genau. Das nennt sich dann Privacy Suckering, fand ich auch ganz witzig. Und dann bringen sie als letztes Beispiel an, oder als letzte Unterkategorie von Forced Action, bringen die Gamification an. Und das hat mich dann getriggert, so ein bisschen. Nee, echt? Weil das, also ist halt ein interessantes Verständnis von Gamification, wie ich finde, das als Art von Forced Action zu sehen. Und die sagen, beschränken sich da eigentlich fast nur auf den Aspekt des Grindings und sagen, okay, du musst halt, um aufs nächste Level zu kommen, bist du gezwungen zu grinden und vor dem Computer zu sitzen und, sag ich mal, stundenlang das Gleiche. Immer wieder dieselben Aktionen zu machen. Ja, sehr repetitiv. Genau, um deinen Levelaufstieg zu haben. Ja, genau. Meistens muss man ja Ressourcen sammeln und die braucht man dann, um eben einen gewissen, ja, um das nächste Level oder irgendwas zu erreichen. Genau, aber die erwähnen dann sogar… Quasi Arbeit im Spiel. Ja, Arbeit im Spiel. Genau, Workification. Workification. Ja, ja, das… Oh, ein schöner Term. Die erwähnen aber sogar als Beispiel dann Candy Crush und sagen, okay, da ist man ab irgendeinem Punkt quasi gezwungen, ja, ich glaube, Herzen sind das da oder irgendwie, ne, auch wieder echtes Geld in die Hand zu nehmen und damit man überhaupt weiterkommen kann, sagen die Autoren. Ja, jetzt bin ich leider auch wieder nicht der Mega Candy Crush Experte, um das zu beurteilen, aber ich glaube, die ganzen Spiele so in der Art kann man mit genügend Spielzeit auch schaffen, ohne wirklich Geld dafür auszugeben. Ja, also es gibt bestimmt auch solche Beispiele, wo das dann nicht der Fall ist und wo diese Summen an Ressourcen, die man quasi free, ohne was zu zahlen, außer Zeit zu bekommen, das dauert dann einfach viel zu lange oder würde so sehr, so lange dauern, dass sich das gar nicht lohnen würde, sondern man dann eher geneigt ist, das Geld in die Hand zu nehmen, wenn man es denn wirklich möchte. Ja, und da gibt es dann sogar auch einen Term zu, den die aber nicht nennen, das hätte ich auch als Reviewer dann auf jeden Fall genannt oder über den Punkt hätte ich mit denen auf jeden Fall gestritten. Was ist das? Das nennt sich dann Pay-to-Win-Konzept im Vergleich oder es gibt ja Free-to-Play, also dass man kostenlos spielen kann. Genau. Und wenn man dann aber gewinnen will in einem Free-to-Play-Spiel und man gewinnen kann, indem man halt viel Geld ausgibt, dann nennt sich das Pay-to-Win, also Zahl, um zu gewinnen. Also um einen großen Vorteil zu haben gegenüber von Spielerinnen und Spielern, die das eben nicht machen. Also ich sag mal, gute Free-to-Play-Spiele, die wirklich viel Momentum im Moment haben, viel Traction, die sind halt nicht Pay-to-Win, die sind in der Regel immer Free-to-Play, da kannst du dir dann halt wie in Fortnite oder in League of Legends nur Skins kaufen, die dich nicht besser machen, deinen Charakter nicht besser machen. Pay-to-Win wäre jetzt zum Beispiel so eine Sache, okay, zahl hier 10 Euro für das nächste Spiel und dein Charakter hat doppelt so viel Leben. Mhm. Ne? So Spiele gibt es tatsächlich, für so Spiele geben die Leute noch extrem viel aus, weil du dir halt quasi dieses Glücksgefühl schon relativ gut erkaufen kannst, ne? Wenn du halt da einfach irgendwie jedes Spiel 10 Euro in die Hand nimmst und doppelt so gut bist wie jeder andere, dann ist es halt wahrscheinlich, dass du gewinnst. Ja, es ist halt nur auch blöd aus Game-Design und Game-Jürgs Sicht, weil du schaffst damit ja dann auch ungleiche Verhältnisse, ne? Also eben im besten Fall bringt man mit solchen Änderungen keine, oder eben, dass man Geld ausgeben muss, verändert man nichts an irgendwelchen Kernwerten oder verändert die Spielmechanik selbst quasi die Regeln irgendwie sehr, dass man bestimmte Booster, Erweiterungen irgendwas hat, die einem einen merklichen Vorteil gegenüber anderen geben, weil, na gut, klar. Also auf der einen Seite werden vielleicht die anderen, die nicht bereit sind, das Geld auszugeben, dazu eher motiviert, auch das Geld auszugeben. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es auf der anderen Seite dann auch ganz, ganz viele Leute gibt, die da dann eben vom Spiel abspringen, weil sie da keine Lust drauf haben. Ich meine, das sieht man ja auch aktuell an den Spielern, also mir fällt jetzt konkret, also ich bin halt, ja, kein Spiel ein, was jetzt wirklich so Pay-to-Win bin, aber ich bin jetzt auch nicht so derjenige, der jetzt Geld für In-Game-Währung ausgibt oder so. Ähm, ja, aber ich finde, das gibt ja zumindest, wie gesagt, zum Beispiel League of Legends, Fortnite. Da geht es halt eher um kosmetische Änderungen, die dann dem, der Experience sozusagen, der Ästhetik, ähm, die positiver gestalten, weil man seine Charaktere eher so aussehen lassen kann, wie man es jetzt selber zum Beispiel cool findet. Und das meinte ich halt, an den Spielerzahlen sieht man halt bei so Spielen, dass Pay-to-Win schon auch sehr geächtet ist in der Community. Also, ne, es gibt viele Leute, die sagen, oder die sich auch, wenn sie ein Spiel sich angucken, die dann fragen, ist das Pay-to-Win? Und wenn sie dann von der Community hören, hey, das ist Pay-to-Win, die dann gar nicht anfangen, ne? Also, da wird auch mal entforen, wenn es jetzt um Online-Rollenspiele oder sowas gibt, da ist das auch häufig so. Oder gibt es schon auch diverse, ähm, Online-Rollenspiele, wo du halt eben, ähm, ja, Geld für zahlen musst. Ach, da habe ich ein Beispiel jetzt ganz spontan. Ähm, bei World of Warcraft, da musst du ja auch quasi immer dein Abo zahlen. Ah, das wäre aber wahrscheinlich eher Forced Continuity. Ja, wobei, weiß ich nicht. Aber vielleicht könnte man das da auch irgendwie so, ja, nee, wäre ja eigentlich schon Forced Action, ne? Wenn man weiterspielen will bei World of Warcraft, musst du halt irgendwie monatlich dein Abo verlängern. Du kannst das zwar auch, habe ich letztens gehört, über Ingame-Währung kaufen tatsächlich. Mhm. Wusste ich so auch noch nicht. Aber da musst du dafür vermutlich auch wieder viel Arbeit im Spiel finden. Wie viel Zeit das dann ist, genau, umgerechnet, ähm, genau. Also, ich würde diesen Punkt so ein bisschen sehen, Gamification, so deuten, dass das Kritik an Pay-to-Win ist. Und Pay-to-Win ist dann eine Art von Forced Action oder sowas. Damit wäre ich konform, wenn man sagen würde, okay, Pay-to-Win ist eine Art Forced Action. Ja. Und auch ein Dark-Pattern, ganz klar, weil man am Anfang nicht weiß bei dem Spiel, dass man sich auf Pay-to-Win-Spiel einlässt. Und dann wird man halt geködert und dann merkt man irgendwann, hm, ja, entweder zahle ich jetzt hier 10 Euro jede Runde und hab da eine bessere Waffe oder ich spiele ja entsprechend schlechter, ne? Ja, aber Gamification ist ja noch sehr viel mehr als, äh, Grinding, als, äh, Pay-to-Win, wenn man das zur Gamification zählen möchte. Ja, da fand ich auch so, ja, da fand ich Gamification runterzubrechen auf Grinding und Pay-to-Win ist halt, hm, hm. Ja, aber wir, wir hatten ja auch schon die Sache Pointification, das ist ja eben auch eine weitverbreitete, ähm, Annahme und, äh, ja, genau. Deswegen sind wir ja auch da, um so ein bisschen die Vielfalt zu zeigen und wir interessieren uns ja auch für das Thema. Also seid ihr schon richtig bei uns, äh. Ich finde, ich finde es halt nur schade, weil das zeigt halt, wie, wie viel Potenzial halt vielleicht auch noch Gamification in, in der Community, in der HCE-Community hat und wie viel man da vielleicht auch noch richtigstellen muss. Wie, inwiefern es im Moment aktuell falsch verstanden wird, weil, wie gesagt, das ist ein Paper von einer der höchsten Konferenzen, das ist eigentlich die höchste, ähm, Human-Computer-Interaction-Konferenz, die es so gibt. Und wenn man da sowas liest und das halt von, keine Ahnung, drei oder vier Reviewern, ähm, durchgeguckt wird und die alle damit konform sind und sagen, jo, unterschreibe ich. Naja. Keine Ahnung, das hat halt schon, aber zeigt halt auch, wie schwammig der Begriff ist, so Gamification, ne, vielleicht. Ja, es gibt schon, schon Forschende in der Richtung, aber niemand, also es gibt halt viele, die sich damit auch nicht beschäftigen. Wir hatten das ja jetzt im Studium, äh, auch nicht in, in irgendeiner Form, also weder Gamification noch, ähm, Game-User-Experience speziell oder sowas. Also es gibt ja schon viele Überlappungen auch, ähm, die wir hier ja auch im Podcast feststellen mitunter. Ähm, ja, ja, genau. Also ich sehe da auch noch viel, viel Potenzial und vielleicht kann man da auch von, äh, einer gewissen Gamification-Maturity, also einer Maturität eines Erwachsenseins, äh, sprechen. Ähm, das gibt es ja auch im Bereich, äh, User-Experience hatten wir in Folge 1 auch mal kurz thematisiert, äh, inwieweit halt Leute den, mit dem Begriff vertraut sind. Ja, ja. Und, ähm, welches Potenzial sie sich auch, äh, darunter vorstellen können. Also nehmen wir alleine Octalysis, das ist ja wirklich mega spannend, was du damit alles machen kannst, wenn du dir für verschiedene Phasen der Nutzung, für verschiedene Spieltypen oder Motivationstypen dir überlegst, ähm, was man da für Elemente einsetzen kann und so weiter. Ja, das ist ja was komplett anderes als eben jetzt, äh, Pay-to-Win oder ich brauche mal ein paar Punkte, Leaderboards, äh, und, und Badges mit drauf. Ja, genau. Ich würde sagen, dabei belassen wir es beim kurzen Gamification-Rant. Vielleicht noch zwei, drei Sätze zur Diskussion, weil am Ende wird immer auch noch so ein bisschen Diskussion geführt, äh, wo die Autoren dann selber ihre Ergebnisse, ähm, diskutieren. Diskutieren, genau. Und, ähm, da sagen die auch, was wir jetzt ja auch so ein bisschen immer mal wieder hatten, die sagen, Dark-Patterns müssen nicht alle per se ethisch schlecht sein, in Anführungsstrichen, ne? Ähm, häufig folgt das, folgt aber schlechte UX da draus. Also, die sagen in der Regel folgen, folgt aus Dark, aus der Nutzung von Dark-Patterns eher eine schlechte UX, sagen die. Ähm, ist aber paradoxerweise, sagen die auch einen Satz später mehr oder weniger, so, dass, ähm, bei ein paar Patterns, vor allem bei den Forced-Actions, die wir jetzt gerade zum Schluss hatten, und beim Nagging, das war die erste Kategorie, ähm, sagen die, ist das so, dass die gut für die Usability sind, aber weniger gut, ähm, oder weniger Wahlmöglichkeiten dann, dann eben bieten, ne? Also, das sagen, stellen die mehr oder weniger einfach so hin und sagen so, ja, paradoxerweise ist das so, erklären das dann aber nicht, nicht mehr oder weniger. Ja, da fiel mir nur dann noch so ein, ähm, gibt ja auch diese Rule of Three Choices oder, oder Rule of Three und Choice Paralysis, so, dass man halt extra versucht, Wahlmöglichkeiten zu verknappen, ne? Oder dass man Choice Paralysis zu viele Auswahlmöglichkeiten hat und sich dann nicht entscheiden kann, was man machen will. Und man paralysiert ist vor möglichen Entscheidungen, die man treffen kann. Und, äh, genau, das fiel mir noch da so ein, könnte man vielleicht erwähnen, ähm, warum das so ist, ne? Dass es vielleicht gar nicht so paradox ist, dass es halt gut für die Usability ist, wenn man halt Möglichkeiten einschränkt, so, ne? Ja, ja. Und geben die dann auch einen Ausblick, wie es so weitergehen kann? Ja. Oder was sie vielleicht auch schon gemacht haben, seitdem sie es gepublished haben? Ja, also jetzt so auf ihre Arbeit, ähm, gehen sie jetzt, glaube ich, nicht so ein. Ähm, die sagen halt einfach nur so, dass Ethik und gerade auch, sie sagen Ethik Education, also Ethik Bildung für UXler und HCIler, also Practitioner und Akademiker, für beide gleichermaßen, ähm, sinnvoll ist und verweisen da auch, das fand ich interessant, den Verweis, ähm, auf Mediziner und auf Architekten, die so, ja, sag ich mal, mehr die Ethik schon berücksichtigen oder da entsprechende Instanzen auch haben, die darauf achten, dass man halt ethisch, ähm, ja, Patienten behandelt oder halt, ähm, Gebäude baut. Ähm, auch wenn ich mich da jetzt nicht so auskenne, würde mich mal interessieren, wie Architekten, ähm, Ethik designen oder ethisch designen, genau. Ähm, genau, aber die sagen UXler haben halt sowas nicht. Die sind halt noch nach dem Freimoment und können halt einfach, ja, digitale Apps designen. Also quasi, äh, da gibt's doch keine ethischen Regelungen, den sich alle unterwerfen, sozusagen. Ja, es gibt halt schon irgendwie immer mal wieder Guidelines und sowas, nach denen man sich halten könnte und sowas, aber die wollten das halt einfach ein bisschen anstoßen und sagen, hey, pusht mal hier Ethik Education, weil in der Praxis wird was gemacht, ähm, und, ähm, ja, das sollte man sich angucken, genau, auch aus akademischer Sicht. Ja, das geht so ein bisschen um angewandte Ethik auch, genau, erwähnete, dass man da drüber Gedanken, sich Gedanken machen sollte, ja. Genau, mehr Awareness schaffen für ethische Überlegungen in der Praxis. Ja, muss mehr Bewusstsein, ja. Genau. Das war's soweit eigentlich. Ja, also ich würde dann auch so aus dem Paper mitnehmen eben, dass man sich da vielleicht noch mehr drüber Gedanken macht, mal wieder, wie wir es ja auch zwischendrin auch schon erwähnt hatten, was denn so, ähm, Folgen resultieren aus den Entscheidungen, in dem Fall Designentscheidungen, die man trifft. Das lässt sich sicherlich auch noch auf andere Bereiche erweitern und, ja, ich weiß jetzt noch nicht genau, inwieweit diese Kategorisierung, diese Taxonomie vielleicht auch an der Stelle, ähm, behilflich ist, ob das wirklich eher nur so ein Forschungsding ist, also wenn man sich quasi über diese Sache unterhalten möchte, was es da für verschiedene, äh, Dinge gibt, weil ich kann jetzt so persönlich nicht direkt so einen, ähm, praktischen, ähm, Nutzen daraus ziehen, außer eben, dass ich mir darüber Gedanken machen sollte. Ja, genau. Oder? Fällt dir da noch was ein? Nee, gebe ich dir auch recht, genau. Also die, die entwickelten Kategorien halte ich auch jetzt für die Praxis für weniger sinnvoll, ist halt echt, wie Sie selber sagen, gut, um halt Awareness zu schaffen und Bewusstsein dafür zu schaffen und so ein bisschen ein Gedankenmodell aufzustellen, dass man eben nicht nur, ähm, 118 Items so, so auf einer Hierarchie sieht, sondern dass man da schon ein bisschen strukturieren kann im Kopf, weil, und, dann sieht man ja Patterns besser, wenn man die so ein bisschen, ne, clustert und wenn man dann fünf Kategorien hat oder halt eben die andere Taxonomie von, von Bricknell, der halt zwölf Kategorien hatte, also das macht schon Sinn, da mal über die Kategorien drüber zu lesen oder sich damit zu beschäftigen oder jetzt hier durch den Podcast eben auch, weil einem dann schon auch in der Realität, ja, diese Dark Patterns auffallen. So war es zumindest bei mir. Ja, doch, man hat schon das Gefühl, dass es hier und da rum mitschwingt, aber dann ist es, glaube ich, eher so, jetzt als Teil von User Experience, dass man sich dann eher drüber ärgert, dass irgendwas so ist, aber je nachdem, wie sehr man vielleicht was möchte, ähm, macht man es dann doch oder man ärgert sich hinterher, etc. Ja, ja, Bewusstsein, äh, hilft natürlich viel. Ja. Bei solchen Sachen auch. Genau. Okay, ich glaube, das war jetzt ein ganz guter Überblick über, ja, die dunkle Seite der Macht, über Dark Patterns, ähm, auf UX-Design und, ähm, ja, vielleicht habt ihr zu Hause auch, ähm, oder auch, wenn ihr unterwegs seid, irgendwie jetzt vielleicht auch gerade aktuell, Dark Patterns entdeckt durch unseren Podcast, die ihr vielleicht so vorher noch nicht, ähm, bemerkt habt oder gesehen habt. Und, äh, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr die vielleicht einfach dann, äh, uns zukommen lassen könntet oder irgendwie, kann gerne per Mail sein. Wie war die Mail nochmal, Ben? Spielsinn.podcast at gmail.com. Genau, cool, genau. Oder halt eben über Social Media uns schreibt, könnt auch kommentieren, ähm, ja, wir sind überall zu finden, wo es Podcasts gibt und, ähm, ja, wenn sonst nichts mehr ist. Ja, zu finden sind wir natürlich auch nach auf Social Media. Genau. Und, äh, ja, YouTube meintest du ja schon mal. Dann würde ich sagen, wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Genau. Bis dahin. Habt ihr eine gute Zeit. Spielsinn, der Podcast über Gamification, GameUX und GameDesign mit Philipp Weber und Benjamin Linz. Redaktion Julia Grimm